Borussia Dortmund ist deutscher Meister. Der FC Pauli steigt ab. So weit, so gut. Oder schlecht. Jedenfalls alles halb so schlimm. Es ist doch nur Fußball. Im echten Leben ginge das Spiel sowieso ganz anders aus. Borussia Dortmund war achtmal deutscher Fußballmeister, zweimal DFB-Pokalsieger und jeweils einmal Europapokalsieger, der Pokalsieger und Champions League und Weltpokalsieger. St. Pauli belegte viermal den ersten Platz in der Regionalliga Nord, einmal den ersten Platz in der zweiten Bundesliga Nord, dreimal Erster in der Amateur-Oberliga und war beim ersten Fußballspiel, das im deutschen Fernsehen übertragen wurde. Naja. Und im richtigen Leben? In Dortmund heißt das Bier DAP. Die Sehenswürdigkeiten sind stillgelegte Zechen, Industrieareale, stillgelegte Schlösser, stillgelegte Arbeitslose. Es locken die internationalen Kulturtage, der Weihnachtsmarkt und der Technobooms-Mayday. Musik sonst Dortmunder Philharmoniker, Chorakademie, Touristen pro Jahr geschätzt, eine halbe Million. In Hamburg St. Pauli hört das Bier auf den Namen Astra. Es gibt die berühmte Reeperbahn, die Landungsbrücken, den Hafen, die Herbertstraße, große Freiheit und Mädels in ganz kurzen Röcken. Mittendrin der Hamburger Dom, der Hafengeburtstag, Schlagermove, der Welt-Astra-Tag, das Reeperbahn-Festival und jedes Wochenende der Fischmarkt. Musik kommt von Achim Reichel, Udo Lindenberg, den Goldenen Zitronen, Tocotronic, Blumenfeld, Selig, Beatles und, 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 und. Touristen pro Jahr über 8 Millionen. Jungs, das geht schon in Ordnung mit der Meisterschaft. Ihr braucht sie dringender als wir. Untertitelung des ZDF, 2020